Eine große Rolle für das Klima in Europa spielt die Lage des Kontinentes auf der Nordhalbkugel und die Einstrahlung der Sonne auf die Erde. Da die Erdachse gegenüber der Erdumlaufbahn geneigt ist, ist die Nordhalbkugel im Sommer der Sonne zugewandt. Die Tage sind länger. Die Sonnenstrahlen fallen steiler auf die Erdoberfläche und die Temperaturen sind erhöht. Im Winter verhält es sich genau umgekehrt. Nun ist die Südhalbkugel der Sonne zugewandt. Auf der Nordhalbkugel sind die Tage jetzt kürzer. Die Sonnenstrahlen fallen nur noch in einem flachen Winkel ein und es ist deutlich kälter als im Sommer. Diesen Wechsel der Jahreszeiten kann man in ganz Europa beobachten. Man spricht von einem Jahreszeitenklima. Besonders deutlich ausgeprägt sind die Jahreszeiten im Bereich der gemäßigten Klimazone. Zu ihr gehört auch der Großteil des europäischen Kontinentes. Im Süden und Norden hat Europa aber auch Anteil an der subtropischen und an der subpolaren Klimazone. Betrachtet man die planetarische Zirkulation, liegt Europa genau in der sogenannten Westwindzone, zwischen dem subtropischen Hochdruckgürtel und der subpolaren Tiefdruckrinne. Den Einfluss der Westwinde merken wir vor allem daran, dass sich bei uns in Europa das Wetter relativ häufig ändert. Mit bloßt.